Sind Sie es leid, sich beim Abgießen die Hände zu verbrennen? Oder dass Ihr ganzes Essen in der Spüle und nicht auf dem Teller landet? Verkochtes und angebranntes Essen und alle Vitamine sind weg? Haben Sie auch genug von ungenießbarem Essen und vielen verschiedenen Töpfen? Genius präsentiert Ihnen den genialen Seraphit Magic Pot, der 2-in-1-Topf zum Kochen und Abgießen. Mit dem integrierten Sieb sparen Sie nicht nur Zubereitungszeit, sondern verbrennen sich auch nie wieder die Hände beim Abgießen. Der Seraphit Magic Pot ist der innovative Top für Ihre Küche. Kochen Sie frisch und gesund. Kochen Sie Ihre Nudeln, dünsten Sie Ihr Gemüse, bereiten Sie viele Eier gleichzeitig zu oder dämpfen Sie Ihre Muscheln. Dank seiner hochwertigen und extrem kratzfesten Antihaftbeschichtung mit der neuen Metallic-Pulverlack-Technologie können Sie sich von angebranntem Essen und ungesunden Partikeln verabschieden. Der Seraphit Magic Pot ist frei von PFOA und anderen giftigen Substanzen und Sie atmen keine schädlichen Dämpfe ein. Natürlich können Sie Ihren Seraphit Magic Pot ohne Sieb zum Braten, Dämpfen oder Schmoren verwenden. Erleben Sie ein völlig neues Kocherlebnis. Egal welchen Herz Sie zu Hause haben, mit dem Magic Pot von Genius brauchen Sie nur noch den einen Topf für alles. Und es spielt keine Rolle, ob Sie für sich allein oder die ganze Familie kochen. Im Magic Pot ist immer genug Platz und er ist extrem langlebig und robust. Dank seines Premium-Wärmeleitbodens verteilt sich die Hitze gleichmäßig und überall. Sie erhalten immer perfekt gegarte Speisen. Der Seraphit Magic Pot bietet Ihnen die einfachste Handhabung, die Sie je erlebt haben. Einfach den Topf kippen und die Flüssigkeit über den umlaufenden Schüttrand ablaufen lassen. Das antihaftbeschichtete Sieb haben Sie im Handumdrehen herausgenommen und wieder eingesetzt. Der Seraphit Magic Pot ist der innovative Topf für Ihre Küche. Herzlich willkommen aus dem Genius Studio. Nach mehr als 100.000 verkauften Töpfen hat Genius mit dem Seraphit Magic Pot nun das Kocherlebnis auf ein neues Level gehoben und ein beliebtes Produkt nach Ihren Wünschen und Anregungen noch besser gemacht. Genius hat diesen genialen Topf entwickelt und einen vielseitigen und bahnbrechenden Weg gefunden, das nächste Level des Kochens in Ihre Küche zu bringen. Zu einem sensationellen Preis. Egal, was Sie zu Hause kochen wollen. Ob Nudeln, Reis, Kartoffeln, Gemüse oder Familiengerichte. Der Magic Pot ist für alle Zutaten und jeden Herd geeignet. Und Sie haben bestimmt noch nie so einfach und sicher einen vollen Topf mit Lebensmitteln abgeschüttet. Wenn Sie Kartoffelpüree oder Klöße kochen wollen, benutzen Sie sicher traditionell einen Topf. Dann nehmen Sie Topflappen oder ein Handduch, halten den Deckel damit fest und schütten das Wasser in die Spüle. Das kann ganz schön schmerzhaft und anstrengend sein. Das ist mit dem Seraphit Magic Pot von nun an Geschichte. Leeren Sie den Topf ganz einfach über den umlaufenden Schüttrand aus und verbrennen Sie sich nie wieder die Finger. Dann nehmen Sie das Sieb heraus und können alles anrichten. Oder die Kartoffeln direkt aus dem Sieb in den kratzfesten Anti-Hafttopf geben. Denn Sie können den Magic Pot selbstverständlich auch ohne Sieb benutzen und ein köstliches und frisches Kartoffelpüree zubereiten. Dank seiner extrem robusten und strapazierfähigen Beschichtung brauchen Sie nur noch den einen Topf in Ihrer Küche. Es kommt aber noch besser. Sie können in dem brandneuen Magic Pot von Genius sogar frittieren. Dafür nehme ich meine Nicer Dicer und mache perfekte, selbstgemachte Pommes für die ganze Familie in Sekundenschnelle. Aus dem Nicer Dicer direkt in das Sieb. So schnell und frisch machen Sie Ihre eigenen Pommes zu Hause. Knusprig Goldbraun aus dem Seraphit Magic Pot von Genius. Selbstgemacht, schmeckt immer noch am besten. Oder hobeln Sie mit Ihrem Nicer Dicer Chef Kartoffeln für frische Kartoffelchips. Der Magic Pot von Genius ist ein Vier-in-Eins-Topf. Ich kann darin kochen, dünsten, frittieren und sicher abgießen. Den Magic Pot von Genius kann ich wirklich jedem empfehlen, der gerne kocht. Egal welche Nudelsorte Sie im Seraphit Magic Pot zubereiten möchten, es war nie leichter und schneller, die Nudeln aus dem Topf auf den Teller zu bekommen. Lange Nudeln wie Spaghetti, größere Nudeln wie Penne oder Fusilli oder kleinere Buchstaben-Nudeln sind ab jetzt kein Problem mehr. Denn nichts fällt mehr durch das Sieb hindurch. So magisch einfach kann das Abgießen von Nudeln sein. Alles bleibt da, wo es soll und Sie können sofort servieren. Perfekt gegarter Reis lässt sich auch schnell und einfach zubereiten. Dabei spielt es keine Rolle, ob lose oder im Kochbeutel. Auch bei Reis ist dank des Magic Pot nichts wie zuvor. Einfach ausgießen und anrichten, ohne sich die Finger zu verbrennen. Aber auch eins unserer liebsten Gemüse lässt sich schnell und einfach zubereiten. Egal wie Sie Ihre Kartoffeln kochen möchten. Auch hier punktet der Seraphit Magic Pot mit seiner einfachen und sicheren Handhabung. Mit dem großartigen Seraphit Magic Pot gelingen Ihnen immer perfekte Hauptgerichte und Beilagen. Egal, auf was Sie gerade Lust haben. Mit dem Seraphit Magic Pot von Genius bringen Sie wieder Licht in Ihre Küche. Bestellen Sie Ihren jetzt gleich. Sind Sie es leid, sich beim Abgießen die Hände zu verbrennen? Oder dass Ihr ganzes Essen in der Spüle und nicht auf dem Teller landet? Verkochtes und angebranntes Essen und alle Vitamine sind weg? Haben Sie auch genug von ungenießbarem Essen und vielen verschiedenen Töpfen? Genius präsentiert Ihnen den genialen Seraphit Magic Pot. Der 2-in-1-Topf zum Kochen und Abgießen. Mit dem integrierten Sieb sparen Sie nicht nur Zubereitungszeit, sondern verbrennen sich auch nie wieder die Hände beim Abgießen. Der Seraphit Magic Pot ist der innovative Topf für Ihre Küche. Kochen Sie frisch und gesund. Kochen Sie Ihre Nudeln, dünsten Sie Ihr Gemüse, bereiten Sie viele Eier gleichzeitig zu oder dämpfen Sie Ihre Muscheln. Dank seiner hochwertigen und extrem kratzfesten Antihaftbeschichtung mit der neuen Metallic-Pulverlack-Technologie können Sie sich von angebranntem Essen und ungesunden Partikeln verabschieden. Der Seraphit Magic Pot ist frei von PFOA und anderen giftigen Substanzen und Sie atmen keine schädlichen Dämpfe ein. Natürlich können Sie Ihren Seraphit Magic Pot ohne Sieb zum Braten, Dämpfen oder Schmoren verwenden. Erleben Sie ein völlig neues Kocherlebnis, egal welchen Herz Sie zu Hause haben. Mit dem Magic Pot von Genius brauchen Sie nur noch den einen Topf für alles und es spielt keine Rolle, ob Sie für sich allein oder die ganze Familie kochen. Im Magic Pot ist immer genug Platz und er ist extrem langlebig und robust. Dank seines Premium-Wärmeleitbodens verteilt sich die Hitze gleichmäßig und überall. Sie erhalten immer perfekt gegarte Speisen. Der Seraphit Magic Pot bietet Ihnen die einfachste Handhabung, die Sie je erlebt haben. Einfach den Topf kippen und die Flüssigkeit über den umlaufenden Schüttrand ablaufen lassen. Das Antihaftbeschichtete Sieb haben Sie im Handumdrehen herausgenommen und wieder eingesetzt. Bestellen Sie jetzt und Sie erhalten Ihren exklusiven und innovativen Seraphit Magic Pot inklusive herausnehmbarem Sieb und Design-Glasdeckel mit Ventil. Jetzt für nur zwei kleine Rathner 24,95 Euro. Aber das ist längst nicht alles. Wenn Sie jetzt bestellen, erhalten Sie in diesem exklusiven TV-Angebot den noch größeren, 24 cm großen Seraphit Magic Pot mit passendem Sieb und Design-Glasdeckel im Wert von 80 Euro gratis dazu. Sie erhalten in Seraphit Magic Pot und ein weiteres Seraphit Magic Pot Set mit passendem Sieb- und Design-Glasdeckel. Ein unglaublicher Gesamtwert von 140 Euro. Jetzt für nur zwei kleine Rathner 24,95 Euro. Aber es kommt noch mehr. Wenn Sie direkt bestellen, erhalten Sie eines der millionenfach verkauften dreiteiligen Seraphit Pfannensets im Wert von 120 Euro. Sie erhalten die beste Antihaft-Keramik-Beschichtung in jeder Seraphit Pfanne von Genius. Nichts haftet an, mit einem Wisch ist alles sauber. Seraphit Pfannen sind die perfekte Ergänzung zu Ihrem Seraphit Magic Pot. Dieses dreiteilige Set hat einen Wert von über 120 Euro. Sie bekommen es zu einem unschlagbaren Preis. Sie erhalten in Seraphit Magic Pot und ein zweites Set mit passendem Sieb- und Design-Glasdeckel. Für nur zwei kleine Rathner 24,95 Euro. Fragen Sie auch, wie Sie das dreiteilige Seraphit Pfannen-Set zum absoluten Sparpreis erhalten. Rufen Sie jetzt an und zahlen Sie risikolos auf Rechnungen per Nachname, PayPal, Amazon Pay und Klarna. Bestellen Sie jetzt und Genius gewährt eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Sollten Sie nicht zufrieden sein, schicken Sie Ihren Seraphit Magic Pot einfach zurück. Rufen Sie gleich an oder bestellen Sie online unter www.genius.tv Einfach, gesund und vitaminschonend kochen. Das gelingt Ihnen ab jetzt immer. Sie brauchen keine teuren Spezialchöpfe mehr zum gesunden Dämpfen Ihrer Lebensmittel. Alles bleibt knackig und behält seine wichtigen Vitamine. So kochen Sie garantiert frisch und gesund. Garen Sie empfindliche Speisen schonend und auf den Punkt. Erhalten Sie alle wichtigen Inhaltsstoffe und stärken Sie Ihr Immunsystem. Auch festeres Gemüse wie Möhren oder Spargel gelingt Ihnen immer perfekt. Ganz nach Ihren Wünschen. Kochen Sie frisch und gesund und erhalten Sie alle wichtigen und gesunden Vitamine. Ihr Gemüse bleibt auf Wunsch immer bissfest und behält seine schöne Farbe. Und wenn Sie noch mehr Geschmack in Ihrem Gemüse haben wollen, dann können Sie etwas Brühe oder Wein ins Wasser geben und erleben ein völlig neues Geschmackserlebnis. Oder wenn Sie Lust auf asiatisches Essen haben, ist der vierseitige Seraphit Magic Pot die optimale Zubereitungsmöglichkeit für perfekt gedünftetes Gemüse. Früher ging ich mit meiner Frau häufig ins Restaurant essen. In letzter Zeit weniger, denn ich habe das Kochen als mein neues Hobby entdeckt. Und das macht mir dem Magic Pot von Genius richtig Freude. Und vor allem das Abschütten von Gemüse oder Kartoffeln ist jetzt völlig mühelos durch das integrierte Sieb in den Magic Pot. Auch wenn ich mal ausnahmsweise meine Frau an den Herd lasse, sie hat keine Angst mehr, sich beim Abschütten zu verbrühen. Sicheres Abgießen macht meine Frau glücklich und mich auch. Sie wollen am Sonntagmorgen das perfekte Frühstücksei essen? Kein Problem, auch wenn es mal ein paar mehr sein sollen. Mit dem Seraphit Magic Pot geht das sagenhaft leicht. Sie können bis zu 25 Eier gleichzeitig zubereiten. Eiersalat für die ganze Familie. Der Magic Pot von Genius ist total genial mit der 2 in 1 Funktion Abschütten und Kochen in einem. Der Topf ist so groß, dass ich endlich ordentliche Familienportionen in einem Topf kochen kann. Sie denken, frische Gemüsebrühe zuzubereiten ist aufwendig und anstrengend? Das ändert sich mit dem einzigartigen Sieb und den unendlichen Möglichkeiten des Seraphit Magic Pot. Sie müssen nie wieder durch ein Sieb in einen anderen Topf umschütten und mit heißer Brühe hantieren. Lassen Sie Ihren Topf die Arbeit machen. Einfach köcheln lassen, abgießen und die frische Brühe abfüllen. Ab jetzt haben Sie immer selbstgemachte und gesunde Gemüsebrühe zu Hause. Wissen Sie, was in Hühnerbrühe alles verarbeitet ist? Ich bestimme die Zutaten meiner Brühe lieber selbst. Mein Suppenhuhn liegt bereits im Sieb und jetzt gebe ich noch etwas frisches Gemüse hinzu. Nachdem alles reduziert ist, nach Belieben abschmecken und ganz einfach portionieren. Auch Rinderkraftbrühe können Sie ohne Aufwand separat köcheln. Sie sparen eine Menge Geld und verzichten auf Fertigprodukte mit all den Geschmacksverstärkern und ungesunden Zusätzen. Mit der 60% verbesserten Antihaftbeschichtung und der 60% höheren Kratzfestigkeit gegenüber herkömmlichen Töpfen können Sie Ihrem Seraphit Magic Pot einiges zumuten. Dank der neuen Metallic Pulverlack Technologie haben Sie extrem lange Freude an Ihrem Topf und es brennt nichts mehr an. Selbst Plastik können wir schmelzen. Das würden Sie doch sicher nie mit einem herkömmlichen Topf machen. Sie ernähren sich gesund? Dann ist der innovative Seraphit Magic Pot genau das Richtige für Sie. Sie brauchen kein Öl oder Fett zum Braten, Dämpfen oder Schmoren. Nach dem Kochen wischen Sie den Topf einfach aus oder stellen ihn in die Spülmaschine und Sie müssen nie wieder anstrengend scheuern. Bereiten Sie komplette Gerichte schnell und einfach im genialen Seraphit Magic Pot zu. Erhalten Sie alle wichtigen und gesunden Vitamine und bereiten Sie den perfekten Fisch zu. Mit dem Magic Pot erhalten Sie den einen Topf für alles. Sie wollen Magie in Ihre Küche bringen und schnell und gesund für die Familie kochen? Dann holen Sie den genialen Seraphit Magic Pot von Genius zu sich nach Hause. Bestellen Sie Ihren jetzt gleich. Sind Sie es leid, sich beim Abgießen die Hände zu verbrennen? Oder dass Ihr ganzes Essen in der Spüle und nicht auf dem Teller landet? Verkochtes und angebranntes Essen und alle Vitamine sind weg? Haben Sie auch genug von ungenießbarem Essen und vielen verschiedenen Töpfen? Genius präsentiert Ihnen den genialen Seraphit Magic Pot. Der 2-in-1-Topf zum Kochen und Abgießen. Mit dem integrierten Sieb sparen Sie nicht nur Zubereitungszeit, sondern verbrennen sich auch nie wieder die Hände beim Abgießen. Der Seraphit Magic Pot ist der innovative Topf für Ihre Küche. Kochen Sie frisch und gesund. Kochen Sie Ihre Nudeln, dünsten Sie Ihr Gemüse, bereiten Sie viele Eier gleichzeitig zu oder dämpfen Sie Ihre Muscheln. Dank seiner hochwertigen und extrem kratzfesten Antihaftbeschichtung mit der neuen Metallic-Pulverlack-Technologie können Sie sich von angebranntem Essen und ungesunden Partikeln verabschieden. Der Seraphit Magic Pot ist frei von PFOA und anderen giftigen Substanzen und Sie atmen keine schädlichen Dämpfer ein. Natürlich können Sie Ihren Seraphit Magic Pot ohne Sieb zum Braten, Dämpfen oder Schmoren verwenden. Erleben Sie ein völlig neues Kocherlebnis. Egal welchen Herz Sie zu Hause haben, mit dem Magic Pot von Genius brauchen Sie nur noch den einen Topf für alles. Und es spielt keine Rolle, ob Sie für sich allein oder die ganze Familie kochen. Im Magic Pot ist immer genug Platz und er ist extrem langlebig und robust. Dank seines Premium-Wärmeleitbodens verteilt sich die Hitze gleichmäßig und überall. Sie erhalten immer perfekt gegarte Speisen. Der Seraphit Magic Pot bietet Ihnen die einfachste Handhabung, die Sie je erlebt haben. Einfach den Topf kippen und die Flüssigkeit über den umlaufenden Schüttrand ablaufen lassen. Das Antihaftbeschichtete Sieb haben Sie im Handumdrehen herausgenommen und wieder eingesetzt. Bestellen Sie jetzt und Sie erhalten Ihren exklusiven und innovativen Seraphit Magic Pot inklusive herausnehmbarem Sieb- und Design-Glasdeckel mit Ventil. Jetzt für nur zwei kleine Raten nach 24,95 Euro. Aber das ist längst nicht alles. Wenn Sie jetzt bestellen, erhalten Sie in diesem exklusiven TV-Angebot den noch größeren, 24 cm großen Seraphit Magic Pot mit passendem Sieb- und Design-Glasdeckel im Wert von 80 Euro gratis dazu. Sie erhalten in Seraphit Magic Pot und ein weiteres Seraphit Magic Pot-Set mit passendem Sieb- und Design-Glasdeckel. Ein unglaublicher Gesamtwert von 140 Euro. Jetzt für nur zwei kleine Raten nach 24,95 Euro. Aber es kommt noch mehr. Wenn Sie direkt bestellen, erhalten Sie eines der millionenfach verkauften dreiteiligen Seraphit Pfannensets im Wert von 120 Euro. Sie erhalten die beste Antihaft-Keramik-Beschichtung in jeder Seraphit Pfanne von Genius. Nichts haftet an, mit einem Wisch ist alles sauber. Seraphit Pfannen sind die perfekte Ergänzung zu Ihrem Seraphit Magic Pot. Dieses dreiteilige Set hat einen Wert von über 120 Euro. Sie bekommen es zu einem unschlagbaren Preis. Sie erhalten in Seraphit Magic Pot und ein zweites Set mit passendem Sieb- und Design-Glasdeckel. Für nur zwei kleine Raten nach 24,95 Euro. Fragen Sie auch, wie Sie das dreiteilige Seraphit Pfannen-Set zum absoluten Sparpreis erhalten. Rufen Sie jetzt an und zahlen Sie risikolos auf Rechnungen per Nachname, Paypal, Amazon Pay und Klarna. Bestellen Sie jetzt und Genius gewährt eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Sollten Sie nicht zufrieden sein, schicken Sie Ihren Seraphit Magic Pot einfach zurück. Rufen Sie gleich an oder bestellen Sie online unter www.genius.tv Gefüllte Teigspeisen gibt es überall auf der Welt. Egal ob Tortellini, Dumplings, Gyoza, Pelmeni oder Ravioli. Der vielseitige Seraphit Magic Pot ist die perfekte Zubereitungsmöglichkeit. Sie kochen für Ihre Familie oder für sich allein? Dann kennen Sie das sicher. Für die meisten Gerichte brauchen Sie mehr als einen Topf. Mit dem innovativen Seraphit Magic Pot bereiten Sie schnell alles in nur einem Topf zu. Suppen oder Eintöpfe können Sie direkt im Topf pürieren und von dort aus servieren. Oder Sie bereiten ein komplettes Essen schnell und einfach in einem Topf zu. So sparen Sie viel Zeit und Geld für viele verschiedene Kochtöpfe. Sie brauchen nur noch den innovativen und genialen Seraphit Magic Pot von Genius. Der 4-in-1-Top zum Braten, Dämpfen, Frittieren und sicheren Abschütten. Das Beste an dem genialen Magic Pot von Genius ist, dass man da große Mengen auf einmal zubereiten kann. Der Seraphit Magic Pot von Genius erleichtert mir das Kochen ungemein. Mamas neue Topf ist echt cool. Das Essen schmeckt jetzt viel besser. Haben Sie auch schon mal viel Geld für teure Meeresfrüchte ausgegeben? Und das Essen war ungenießbar? Alle Arten von Muscheln, Meeresfrüchten und sogar Hummer können professionell und einfach im Magic Pot von Genius zubereitet werden. Das Sieb garantiert Ihnen jedes Mal das perfekte Kochergebnis. Und den Sud bereiten Sie parallel zum Kochen zu. Alles in einem Topf. Wenn es mal etwas schneller gehen soll, können Sie ganz einfach tiefgekühlte Lebensmittel dank des Siebs und etwas Wasser auf dem Boden schonen, auftauen und zubereiten. So bewahren Sie alle Nährstoffe und Vitamine. Das Beste am Magic Pot von Genius ist frittieren, kochen, dünsten, sicheres Abgießen. Alles in einem. Und was ich noch nie gesehen habe, ein Topf mit einem integrierten Sieb. Das erspart mir jede Menge Mühe beim Abschütten. Das ist einfach genial. Was wäre ein gelungenes und gesundes Familienessen ohne einen leckeren Nachtisch? Auch hier ist der Seraphit Magic Pot nicht mehr aus Ihrer Küche wegzudenken. Dampfnudeln zubereiten ist nicht nur was für Profiköche. Dank des Magic Pots können Sie jetzt frische Dampfnudeln kinderleicht selbst zubereiten. Dazu machen wir gedünstete Birne und eine leckere Beerensoße. Durch das integrierte Sieb verteilt sich der Dampf gleichmäßig überall hin und garantiert Ihnen perfekte Kochergebnisse. Empfindliche Früchte wie Birnen bleiben knackig und ihre wichtigen Vitamine bleiben erhalten. Durch seine 60% verbesserte Beschichtung brennt Ihnen die Soße nicht mehr an und Sie haben den Topf im Handumdrehen wieder sauber gemacht. Mit dem Seraphit Magic Pot von Genius erhalten Sie den unschlagbaren 4 in 1 Topf für Ihre Küche. Kochen Sie ab sofort schnell, gesund und lecker. Benutzen Sie Ihren Magic Pot zum Kochen und Braten. Mit dem integrierten Siebeinsatz können Sie sicher abschütten. Nutzen Sie das Sieb zum schonenden Dämpfen. Ersetzen Sie Ihren umständlichen Dampfgarer und Ihre teure Fritteuse. Erleben Sie die neueste Innovation von Genius in Ihrem Zuhause. Bestellen Sie Ihren eigenen Seraphit Magic Pot von Genius. Jetzt gleich! Sind Sie es leid, sich beim Abgießen die Hände zu verbrennen? Oder dass Ihr ganzes Essen in der Spüle und nicht auf dem Teller landet? Verkochtes und angebranntes Essen und alle Vitamine sind weg? Haben Sie auch genug von ungenießbarem Essen und vielen verschiedenen Töpfen? Genius präsentiert Ihnen den genialen Seraphit Magic Pot. Der 2 in 1 Topf zum Kochen und Abgießen. Mit dem integrierten Sieb sparen Sie nicht nur Zubereitungszeit, sondern verbrennen sich auch nie wieder die Hände beim Abgießen. Der Seraphit Magic Pot ist der innovative Topf für Ihre Küche. Kochen Sie frisch und gesund. Kochen Sie Ihre Nudeln. Dünsten Sie Ihr Gemüse. Bereiten Sie viele Eier gleichzeitig zu. Oder dämpfen Sie Ihre Muscheln. Dank seiner hochwertigen und extrem kratzfesten Antihaftbeschichtung mit der neuen Metallic-Pulverlack-Technologie können Sie sich von angebranntem Essen und ungesunden Partikeln verabschieden. Der Seraphit Magic Pot ist frei von PFOA und anderen giftigen Substanzen und Sie atmen keine schädlichen Dämpfe ein. Natürlich können Sie Ihren Seraphit Magic Pot ohne Sieb zum Braten, Dämpfen oder Schmoren verwenden. Erleben Sie ein völlig neues Kocherlebnis. Egal welchen Herz Sie zu Hause haben, mit dem Magic Pot von Genius brauchen Sie nur noch den einen Topf für alles. Und es spielt keine Rolle, ob Sie für sich allein oder die ganze Familie kochen. Im Magic Pot ist immer genug Platz und er ist extrem langlebig und robust. Dank seines Premium-Wärmeleitbodens verteilt sich die Hitze gleichmäßig und überall. Sie erhalten immer perfekt gegarte Speisen. Der Seraphit Magic Pot bietet Ihnen die einfachste Handhabung, die Sie je erlebt haben. Einfach den Topf kippen und die Flüssigkeit über den umlaufenden Schüttrand ablaufen lassen. Das antihaftbeschichtete Sieb haben Sie im Handumdrehen herausgenommen und wieder eingesetzt. Bestellen Sie jetzt und Sie erhalten Ihren exklusiven und innovativen Seraphit Magic Pot inklusive herausnehmbarem Sieb und Design-Glasdeckel mit Ventil. Jetzt für nur zwei kleine Raten auf 24,95 Euro. Aber das ist längst nicht alles. Wenn Sie jetzt bestellen, erhalten Sie in diesem exklusiven TV-Angebot den noch größeren, 24 cm großen Seraphit Magic Pot mit passendem Sieb und Design-Glasdeckel im Wert von 80 Euro gratis dazu. Sie erhalten in Seraphit Magic Pot und ein weiteres Seraphit Magic Pot Set mit passendem Sieb und Design-Glasdeckel. Ein unglaublicher Gesamtwert von 140 Euro. Jetzt für nur zwei kleine Raten auf 24,95 Euro. Aber es kommt noch mehr. Wenn Sie direkt bestellen, erhalten Sie eines der millionenfach verkauften dreiteiligen Seraphit Pfannensets im Wert von 120 Euro. Sie erhalten die beste Antihaft-Keramikbeschichtung in jeder Seraphit Pfanne von Genius. Nichts haftet an, mit einem Wisch ist alles sauber. Seraphit Pfannen sind die perfekte Ergänzung zu Ihrem Seraphit Magic Pot. Dieses dreiteilige Set hat einen Wert von über 120 Euro. Sie bekommen es zu einem unschlagbaren Preis. Sie erhalten in Seraphit Magic Pot und ein zweites Set mit passendem Sieb und Design-Glasdeckel. Für nur zwei kleine Raten auf 24,95 Euro. Fragen Sie auch, wie Sie das dreiteilige Seraphit Pfannenset zum absoluten Sparpreis erhalten. Rufen Sie jetzt an und zahlen Sie risikolos auf Rechnungen per Nachname, PayPal, Amazon Pay und Klana. Bestellen Sie jetzt und Genius gewährt eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Sollten Sie nicht zufrieden sein, schicken Sie Ihren Seraphit Magic Pot einfach zurück. Rufen Sie gleich an oder bestellen Sie online unter www.genius.tv Bereiten Sie komplette Gerichte schnell und einfach im genialen Seraphit Magic Pot zu. Erhalten Sie alle wichtigen und gesunden Vitamine und bereiten Sie dem perfekten Fisch zu. Es kommt aber noch besser. Sie können in dem brandneuen Magic Pot von Genius sogar frittieren. Dafür nehme ich meinen Nicer Dicer und mache perfekte, selbstgemachte Pommes für die ganze Familie in Sekundenschnelle. Aus dem Nicer Dicer direkt in das Sieb. So schnell und frisch machen Sie Ihre eigenen Pommes zu Hause. Knusprig goldbraun aus dem Seraphit Magic Pot von Genius. Oder hobeln Sie mit Ihrem Nicer Dicer Chef Kartoffeln für frische Kartoffelchips. Das Beste am Magic Pot von Genius ist frittieren, kochen, dünsten, sicheres Abgießen, alles in einem. Und was ich noch nie gesehen habe, ein Topf mit einem integrierten Sieb, das erspart mir jede Menge Mühe beim Abschütten. Das ist einfach genial. Mit der 60% verbesserten Antihaftbeschichtung und der 60% höheren Kratzfestigkeit gegenüber herkömmlichen Töpfen können Sie Ihrem Seraphit Magic Pot einiges zumuten. Dank der neuen Metallic Pulverlack Technologie haben Sie extrem lange Freude an Ihrem Topf und es brennt nichts mehr an. Einfach gesund und vitaminschonend kochen, das gelingt Ihnen ab jetzt immer. Sie brauchen keine teuren Spezialchöpfe mehr zum gesunden Dämpfen Ihrer Lebensmittel. Alles bleibt knackig und behält seine wichtigen Vitamine. So kochen Sie garantiert frisch und gesund. Garen Sie empfindliche Speisen schonend und auf den Punkt. Erhalten Sie alle wichtigen Inhaltsstoffe und stärken Sie Ihr Immunsystem. Haben Sie auch schon mal viel Geld für teure Meeresfrüchte ausgegeben und das Essen war ungenießbar? Alle Arten von Muscheln, Meeresfrüchten und sogar Hummer können professionell und einfach im Magic Pot von Genius zubereitet werden. Das Sieb garantiert Ihnen jedes Mal das perfekte Kochergebnis. Und den Sud bereiten Sie parallel zum Kochen zu. Alles in einem Topf. Wenn es mal etwas schneller gehen soll, können Sie ganz einfach tiefgekühlte Lebensmittel dank des Siebs und etwas Wasser auf dem Boden schonend auftauen und zubereiten. Nie wieder über Nacht alles im Kühlschrank auftauen oder gefroren und geschmacklos zubereiten. So bewahren Sie alle Nährstoffe und Vitamine. Mit dem Magic Pot erhalten Sie den einen Topf für alles. Mit dem Seraphit Magic Pot von Genius bringen Sie wieder Licht in Ihre Küche. Bestellen Sie Ihren jetzt gleich. Sind Sie es leid, sich beim Abgießen die Hände zu verbrennen? Oder dass Ihr ganzes Essen in der Spüle und nicht auf dem Teller landet? Verkochtes und angebranntes Essen und alle Vitamine sind weg? Haben Sie auch genug von ungenießbarem Essen und vielen verschiedenen Töpfen? Genius präsentiert Ihnen den genialen Seraphit Magic Pot. Der 2-in-1-Topf zum Kochen und Abgießen. Mit dem integrierten Sieb sparen Sie nicht nur Zubereitungszeit, sondern verbrennen sich auch nie wieder die Hände beim Abgießen. Der Seraphit Magic Pot ist der innovative Topf für Ihre Küche. Kochen Sie frisch und gesund. Kochen Sie Ihre Nudeln, dünsten Sie Ihr Gemüse, bereiten Sie viele Eier gleichzeitig zu oder dämpfen Sie Ihre Muscheln. Dank seiner hochwertigen und extrem kratzfesten Antihaftbeschichtung mit der neuen Metallic-Pulverlack-Technologie können Sie sich von angebranntem Essen und ungesunden Partikeln verabschieden. Der Seraphit Magic Pot ist frei von PFOA und anderen giftigen Substanzen und Sie atmen keine schädlichen Dämpfe ein. Natürlich können Sie Ihren Seraphit Magic Pot ohne Sieb zum Braten, Dämpfen oder Schmoren verwenden. Erleben Sie ein völlig neues Kocherlebnis. Egal welchen Herz Sie zu Hause haben, mit dem Magic Pot von Genius brauchen Sie nur noch den einen Topf für alles und es spielt keine Rolle, ob Sie für sich allein oder die ganze Familie kochen. Im Magic Pot ist immer genug Platz und er ist extrem langlebig und robust. Dank seines Premium Wärmeleitbodens verteilt sich die Hitze gleichmäßig und überall. Sie erhalten immer perfekt gegarte Speisen. Der Seraphit Magic Pot bietet Ihnen die einfachste Handhabung, die Sie je erlebt haben. Einfach den Topf kippen und die Flüssigkeit über den umlaufenden Schüttrand ablaufen lassen. Das Antihaftbeschichtete Sieb haben Sie im Handumdrehen herausgenommen und wieder eingesetzt. Bestellen Sie jetzt und Sie erhalten Ihren exklusiven und innovativen Seraphit Magic Pot inklusive herausnehmbarem Sieb- und Design-Glasdeckel mit Ventil. Jetzt für nur zwei kleine Raten nach 24,95 Euro. Aber das ist längst nicht alles. Wenn Sie jetzt bestellen, erhalten Sie in diesem exklusiven TV-Angebot den noch größeren, 24 cm großen Seraphit Magic Pot mit passendem Sieb- und Design-Glasdeckel im Wert von 80 Euro gratis dazu. Sie erhalten in Seraphit Magic Pot und ein weiteres Seraphit Magic Pot-Set mit passendem Sieb- und Design-Glasdeckel. Ein unglaublicher Gesamtwert von 140 Euro. Jetzt für nur zwei kleine Raten nach 24,95 Euro. Aber es kommt noch mehr. Wenn Sie direkt bestellen, erhalten Sie eines der millionenfach verkauften dreiteiligen Seraphit-Pfannensets im Wert von 120 Euro. Sie erhalten die beste Antihaft-Keramik-Beschichtung in jeder Seraphit-Pfanne von Genius. Nichts haftet an, mit einem Wisch ist alles sauber. Seraphit-Pfannen sind die perfekte Ergänzung zu Ihrem Seraphit Magic Pot. Dieses dreiteilige Set hat einen Wert von über 120 Euro. Sie bekommen es zu einem unschlagbaren Preis. Sie erhalten in Seraphit Magic Pot und ein zweites Set mit passendem Sieb- und Design-Glasdeckel. Für nur zwei kleine Raten nach 24,95 Euro. Fragen Sie auch, wie Sie das dreiteilige Seraphit-Pfannen-Set zum absoluten Sparpreis erhalten. Rufen Sie jetzt an und zahlen Sie risikolos auf Rechnungen per Nachname, PayPal, Amazon Pay und Klana. Bestellen Sie jetzt und Genius gewährt eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Sollten Sie nicht zufrieden sein, schicken Sie Ihren Seraphit Magic Pot einfach zurück. Rufen Sie gleich an oder bestellen Sie online unter www.genius.tv